Was kommt euch in den Sinn, wenn ihr an Survival Horror denkt? Ich bin mir ziemlich sicher, die meisten von euch denken sofort an Resident Evil. Viele der Features, die wir heute mit dem klassischen Resident Evil assoziieren, vorgerenderte Hintergründe, feste Kameraeinstellungen, Zombies, wenig Munition, Rätsel, ein altes Herrenhaus und die berühmte Panzersteuerung kamen bereits 1992 bei Alone in the Dark zum Einsatz. Vier Jahre vor dem Erscheinen von Resident Evil. Alone in the Dark war zwar nicht das erste Survival-Horrorspiel, aber eine der Inspirationen für Resident Evil und die Blaupause, die jahrelang für dieses Genre diente. So ist es natürlich auch kein Wunder, dass Alone in the Dark damals ein ziemlicher Hit war, mehrere Nachfolger erschienen und die Serie über die Jahre versuchte sich neu zu erfinden, um moderner zu werden. Tja, das ging leider nicht immer gut. Alone in the Dark mag zwar einen tollen Grundstein gelegt haben, driftete aber irgendwann in die Mittelmäßigkeit ab. Nun soll ein neuer Teil diesen Albtraum wieder auf die richtige Bahn bringen. Deswegen blicke ich in die Vergangenheit zurück und bringe die unterschiedlichen Teile inklusive des neuesten Ablegers in die ultimative Qualitätsreihenfolge. 2015 erschien Alone in the Dark Illumination, ein Titel, der wirklich alles komplett falsch machte. Statt atmosphärischem Grusel gab es Koop-Third-Person-Action ohne große Story oder Spannung. Das einzige, was bei diesem Spiel zum Gruseln war, war die Technik. Rückblicken kann man sich nur fragen, wie irgendjemand jemals denken konnte, dass ein Koop-Action-Spiel, das eher in die Richtung von Left 4 Dead ging, bloß halt in richtig, richtig mies, eine gute Idee für diese Marke wäre. Das Spiel ist eine absolute Schande und war auch das letzte Spiel der Serie, das über Atari gepublished wurde. 2008 hätte eigentlich DAS Reboot ja für Alone in the Dark werden können. Mit Resident Evil 4 wurde drei Jahre zuvor eines der besten Spiele aller Zeiten abgeliefert und gezeigt, wie man das Survival-Horror-Genre moderner gestalten kann. So wie einst Alone in the Dark die Blaupause für das erste Resident Evil war, hätte Resi 4 die Blaupause für diesen Reboot sein können. Quasi ein Full-Circle-Moment. Stattdessen gab es ein überambitioniertes Spiel von einem überforderten Entwickler, bei dem ihr in First Person und Third Person spielen musstet. So konntet ihr eure Waffe nur aus der Ego-Perspektive abfeuern. Gerade die kontextbezogenen Eingaben sorgten für ziemlich viel Frust. Feuer war zudem ein integrales Spielelement. Kein Wunder, schließlich solltet ihr Belzebub persönlich besiegen. Feinde musstet ihr mit allem, was euch zur Verfügung stand und was ihr basteln konntet, verbrennen, um sie ein für alle Mal auszuschalten. Lineare Abschnitte, Kletterpassagen, Crafting, Fahreinlagen und auch ein Open-World-Bereich. Alone in the Dark war ein Mischmasch an Ideen, von denen manche konzeptionell interessant waren, aber wenige davon gut umgesetzt wurden. Die cheesige Story und teils miserablen Dialoge waren auch nicht gerade ein Qualitätsmerkmal. Ein paar Monate nach dem Release erschien auch noch eine PlayStation-3-Version, die ein paar der Mankos der Urversion behob. Bereits ein Jahr nach dem Erstling erschien Teil 2 und irgendwie hatte man das Gefühl, die Entwickler verstanden selbst nicht, warum Teil 1 so erfolgreich war. Aber vielleicht lag es auch daran, dass Alone in the Dark Schöpfer Frederic Reynald nicht mehr mit an Bord war. Schon am Anfang, als Edward Carnby das Tor des Hell's Kitchen Anwesens aufsprengt, wird klar, dass dieses Spiel in eine andere Richtung gehen wird. Diesmal nehmen wir es nicht mit ekelhaften Zombies auf, sondern mit von Geistern besessenen Gangstern, die mit Tommy Gun und Co. Jagd auf uns machen. Statt Spannung und Grusel-Atmo gab es jede Menge Action. Dabei war gerade die Action eher einer der Schwachpunkte des Erstlings. Den Fokus von Anfang an hierauf zu legen, war ziemlich frustrierend. Hinzu kamen Rätsel, die teils etwas zu abstrus waren und die Passagen, in denen man das kleine, gekidnappte Mädchen Grey steuerte, waren jetzt auch nicht so der Hit. Achja, erwähnt sei noch, dass kurz vor dem Release von Teil 2, Jack in the Dark, herauskam. Ein kleines Minispiel der Alone in the Dark-Macher, das so ein wenig als Promo für Alone in the Dark 2 gedacht war. Teil 3 erschien 1995 und kehrte wieder mehr zu seinen Wurzeln zurück. Das übergreifende Thema des dritten Teils ist der wilde Westen. Eine ganze Filmtrue ist nämlich beim Dreh in einer alten Wild-West-Geisterstadt verschwunden. Darunter auch unsere alte Freundin Emily Hartwood, die zweite spielbare Figur aus Teil 1. Allerdings kontrollieren wir hier nur Edward Carnby, dafür dürfen wir ihn auch mal in seiner Puma-Form steuern. Ja, ihr habt schon richtig gehört. Auch wenn Teil 3 eine Besserung gegenüber zu Teil 2 darstellte, war es dennoch eine Enttäuschung im Vergleich zum Original, was auch an den nervigen Jump'n'Run-Einlagen lag, die einen später im Spiel bis zur Weißglut treiben konnten. 2008 gab es nicht den ersten Versuch, die Serie zu rebooten. Bereits im Jahr 2001 wurde Alone in the Dark mit einer Story, die in der Gegenwart angesiedelt ist, neu ausgerichtet. Edward Carnby und Darlene Cedric sollen ein altes Familienanwesen, wie sollte es auch anders sein, auf Shadow Island untersuchen und dort das düstere Geheimnis der Morten-Familie aufdecken, die mit einem dunklen Paralleluniversum herumexperimentierten. The New Nightmare fühlte sich jetzt nicht wirklich neu oder frisch an, vielmehr lieferte man Survival-Horror-Standard-Kost ab, die über die Jahre durch Resident Evil so populär wurde. Da Alone in the Dark aber quasi die Blaupause für all diese Spiele war, kann man der Serie auch nicht wirklich vorwerfen, dass sie in ihre eigenen Fußstapfen trat. Immerhin gab es hier auch wieder zwei spielbare Charaktere und somit in dem Sinne auch zwei Kampagnen. Die Rätsel sind ebenfalls recht gut, auch wenn die zweite Hälfte von The New Nightmare etwas zu actionlastig ist. Ach ja, die Story des wirklich grauenhaft schlechten Alone in the Dark Filmes von Uwe Boll mit Christian Slater und Tara Reade basiert ganz lose auf der Geschichte dieses Spiels. Alone in the Dark ist zurück und liefert mit Jodie Comer und David Haber gleich zwei bekannte Schauspieler, die in die Rolle von Edward Conby und Emily Hartwood schlüpfen. Ja, das Ganze ist ein Reboot mit den Originalfiguren. Abermals untersuchen wir die Dersetto Villa und wollen herausfinden, was mit Emilys Onkel passiert ist. Allerdings verschlägt es uns auch noch an weitere heimgesuchte Orte. Das Spiel nimmt Ideen und Figuren der ersten Trilogie und spinnt hier seine eigene Geschichte daraus, die zwar nicht von Horror durchzogen, aber dafür sorgt, dass man die ganze Zeit wahnsinnig angespannt ist. Die Action gegen Monster ist eher mittelmäßig und hölzern, aber nimmt dafür auch nur einen kleinen Teil des Spiels ein. Dafür gibt's viele Rätsel, auch wenn sich einige davon recht ähnlich sind. Statt festen Kameraeinstellungen gibt's hier eine Third-Person-Perspektive. Meiner Meinung nach eine gute Wahl, um die Serie moderner zu gestalten. Das Ergebnis ist ein Spiel, das laut meinem Kollegen Matthias eine große Portion Herz und Seele hat und definitiv einer der besten, wenn nicht der beste Ableger der Reihe ist. Bei Platz 1 stellt sich natürlich ganz klar die Frage, werte ich das Spiel nach heutigen Maßstäben oder schaue ich mir seinen Verdienst innerhalb der Branche an? Im historischen Kontext der Videospielgeschichte lieferte Alone in the Dark vier Jahre vor Resident Evil nun mal die spielmechanische Blaupause ab, die Survival-Horror über Jahre definieren würde. Und das muss sich dem Spiel wirklich zugute halten. Auch wenn ich klar sagen muss, dass heutige Spielgeschmäcker wahrscheinlich wenig Spaß mit der behäbigen Steuerung und den teils unfairen Kämpfen haben würden. Ganz ehrlich, ich würde es heute so auch nicht mehr spielen wollen. Damals die alte der Seto-Villa zu untersuchen, Rätsel zu lösen und den dunklen Geheimnissen des okkulten Piraten Ezekiel Prax auf die Schliche zu kommen, war aber ein Nervenkitzel sondergleichen, den man technisch so schön und eben so spannend noch nie irgendwo anders erlebt hatte. Doch wie seht ihr das alles? Wie würdet ihr die Alone in the Dark Spiele einordnen? Und würde für euch der historische Kontext eine Rolle spielen? Postet das doch gerne im Kommentarbereich.